Wir haben es noch nicht mal Nacht. Es ist 19 Uhr. Minus 14 Grad. Vor allem, wir sind ja nicht zwei Schmelzöfen, zwei Flagerfeuer direkt aneinander. Ich glaube, wir sollten öfters mal ein paar von den Wölfen da quillen. Was soll die Wohlkleidung kriegen, meinst du? Welche ist eigentlich im Moment die beste gegen Unterkühlung? Die Ledersachen, ne? Die hab ich abgeleckt. Aber du brauchst für ne Pelzhose brauchst du 96 Pelz. Oder Haar oder Wolle. Und 16 Metallbarren. Ob sie die da hinstopfen wollen, keine Ahnung, aber die hilft dann, ne? Die hat Unterkühlungsschutz 65. Hm? Hammer. Oh, es kommen noch ein paar Hosen. Bis zur Tech-Hose. So. Wir können es ja schon mal erforschen. 80, 180. 91, 242, 282. 330. Pelz brauchst du pro Person. Okay. Wie viel? 330. Ja, das wird ja spannend, sag ich ja. Ich hoffe nur, dass ich, ähm, also ich werde auf jeden Fall, äh, jede Menge Gelenkbus fahren. Ah ja. Das kriege ich mal hin. Was weiß ich, wie viel? Das ist das, was wir machen. Geil. Ja. Und dann, ja. Wann soll ich dich melden wegen dem Sattel für den Pachasaurus? Wegen dem Brunto. 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 Aber davonlässig kann man gut, Betäubungspfelle. Ist für die Pistole drauf für das Gewähr. Bleib dran lachen. Knack kann ich auch machen. Aber das bringt auch nichts, wir haben auch nichts gegen Unterkühlung. Ehh ich will Wand fackeln will ich irgendwann. Im Zweifel müssen wir jetzt erstmal Standfackeln machen. Wäre ja kein Tank. Aber 4 Grad. Oh, wird es wieder wärmer. Ich habe ihn jetzt mal wieder aufgestellt. Also bis 18 Uhr können wir noch, wollen wir noch machen. Kann man auch gern machen. So, was brauche ich jetzt. Gelb-Roll hier. Dann gucken wir mal. So, brauche ich mit. Da oben kann man bestimmt da. Vorher. Da ist schon noch hell draußen. Ja, noch richtig hell. Hm. Die ist kalt. Welche Tasten da ist denn das, dass du mich gleich von vorne seh? Ich habe keine Ahnung. Ja. Ich frie schon wieder. Ja. Geh noch rein. Hm. Das Stroh habe ich noch nicht reingepumpt. Okay. So, ich bin gleich wieder da. Jetzt verbrenne ich mich am Bruchtopf. Ah ja. Wohl mir kalter. Bis gleich. 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 Das war's für heute. So, so. Bist wieder gemutet? Ja, schon wieder. Man merkt halt, du läufst schon wieder rum und... Boah, mach hin. Gesundheit hier hoch. Es ist mir warm. Nee, dir ist nicht kalt. Nee, mir ist nicht warm. Ah, es passt ja. Wir müssen schon wieder raus. Ilsholz? Das gibt's doch hier, glaube ich, gar nicht, oder? Was? Fasern, Pilzholz, Stroh. So. Äh, dich da mal rein. Ja, vielleicht mal raus. Z. 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 So komisch. Dann liegt das wirklich nur an der Einrüstung. Alles klar. Da sind wir. Okay. Fasern. Nee, da fällt noch. Also, Kristalle haben wir hier nicht direkt in der Nähe. Okay. Wasser. Nee, da haben sie hier schon eher. Okay. Jetzt müsste aber ein Spot sein für seltene Blumen. Okay. Okay. Ja. Feuerstein. So. Okay. Zum Glück fritt das Wasser nicht zu. Das hätte ich ein Problem. Jetzt bin ich mal gespannt. Das wird. Was? Was machst du schon wieder? Ja. Ja. Das ist ein Tisch. Das soll halt auf dem Tisch sein. Das ist eine Bank, würde ich ja sagen, oder? So. Willst du dich jetzt häuslich einrichten? Ja. Ja. Das kann ja selber unterlaufen. Das Beste kommt ja jetzt noch. So. Vielleicht schon, dass der Schornstein über vier Etagen geht, ne? ake. 200 W 18 Was ist der Schornstein über vier Etagen? Oha! Oha la, le again… nos Perlost. Wir haben sogar… Nordlichter! Alles klar. Okay, passt bitte. Alles klar. Scheiße Scheiße Blitzchen Weißt ja, Einsicht ist der erste Schritt zur Besucherung Alles klar Macht das mal, Schätzle Dann machen wir das anders So, das ist da Gut, dass ich mal zwei gebaut habe Da hin Was? Ö Du kannst, glaube ich, eine ganze Wand voll machen und dich dann davor legen oder so Dann haben wir noch einen Schrank Das ist kein Schrank, ne Muss ich den ja dazu Ich bin da schon im Arsch, oder? Hahahaha Hast du was gesehen? Ich hab's jetzt schon wieder gemacht Ich weiß mal Ich weiß mal Ich weiß mal Mach doch mal was im Viertel, wo wir hin sitzen können So Hier rennt schon wieder ein drittes Radtops rum Die machen platt Schlecht Da haben wir mal Holz Da haben wir gerade mal Holzbrauch Hm? Besser Fert Das Geile ist ja, dass man die, 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 die Geiliger Zug Zuge... Zuge... Normal, der Zuggeräusch hat Das ganze ów nicht du der 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 ist Autsch! Oh, geht der kaputt. Das ist alles schlecht. Nicht schlecht, Herr Spächt. Achso, dein Zimmerjahr kannst du hier einrichten, also auch die... Wie weit du das haben willst, ne? Hast du gehört? Also, wenn du ab hier so die Ecke nimmst, von da nach da runter... Oh, was ist das? Ach, verdammt. Was wird das jetzt? Hä? Hey, ich will grad rauskommen und bauch schon ein Tier von der Nase zu. Da macht er keinen PIN-Code rein. Ah, das ist ja nicht gut, oder? So. Da ist ja so einer. Äh, holst du grad mal ein bisschen Fischfilet? Filet haben wir nicht. Also, Fisch können wir vielleicht noch gekochten oder so, oder was? Ja, weil ich hab hier den nächsten Vogel. Das ist ein Vogel? Ja, das ist nichts Neues. Was? Also, ich hab hier gekochten Fisch, kann ich dir anbieten. Warte mal. Kannst du...